Ich bin Pierre-Juliet und arbeite als Projekt-Fieldoperation-Manager für Alstom. Nach meinem BWL-Studium habe ich mit einem VIE-Vertrag bei Alstom angefangen und nach zwei Jahren habe ich die Chance gehabt, als direkter Mitarbeiter mich bei der Firma weiterzuentwickeln. Heute arbeite ich in einem tollen Team auf vielfältige spannende Projekte, wie zum Beispiel die Umrüstung von Orgel-Schwindigkeitszügen der Deutschen Bahn oder die Nachrüstung der S-Bahn Stuttgart und das in einem multikulturellen Umfeld. Weil die Digitalisierung der Bahn gerade erst anfängt und Alstom nicht nur seine Kunden Mobilität und Lösungen anbietet, sondern auch berufliche und geografische Mobilität für seine Mitarbeiter ermöglicht. Also komm zu Alstom und gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. cœur rein. Vielen Dank.